Willkommen bei Reinigen wir ein Profi. Ja, ich sitze im Auto und ich sitze deswegen im Auto, weil ich an exakt dieser Stelle eine vernünftig hohe Upload Geschwindigkeit habe, um anschließend dieses Video, so lustig wie es klingt, vom Handy aus hochzuladen. Wie ihr wisst, wollte ich umziehen, jetzt bin ich umgezogen. Erst einmal eine Zwischenstation, aber anschließend, was heißt anschließend, so ungefähr im Dezember wird es dann weitergehen nach Aschersleben. So, und wie es so ist, hat man natürlich anfangs auch an der neuen Adresse kein Internet. Laut Techniker wird dieses Internet bzw. der Anschluss am 12. diesen Monats geschaltet und bis dahin muss ich eine kleine Pause einlegen. Das heißt, ab dem 12. gibt es wieder vernünftig lange Videos. Ich wollte euch, was das angeht, informieren. Ja, und das sind die Neuigkeiten. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, macht's gut, ciao.